Jetzt muss ich aber nochmal neu machen. Ich helfe es. Soll ich mehr. Du hast deine Kamera aus. Noah schreibt mir ein bisschen brutal. Äh, Noah, noch die Mission. Dann muss ich noch einen Stumpf der Verteilung machen, dann bin ich brutal. Ey, meine Kamera hat es heimlich ausgelenzen. Sieht nicht aus. Jetzt ist sie nicht aus. Hä, Kamera hat nicht mehr aus dem Stück. Ich brauch kurz eine andere Waffe. Sollllll. Ey, stell mal weiter. Kann mal rein da auch. Ja. Wuhh, Baby! Rein da! Komm, ich bin nicht geil. Noah willst du mitspielen? Noah hat geschrieben. Oh, läuft's halt nicht. Ich habe ja nichts mehr. Jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir. Ja. Hier. Oha, was geht hier ab? Wow. Oh, was geht hier? Oh, ich habe ja nichts mehr. Ich habe das Klaasen, wenn ich nicht mehr. Ich habe das Klaasen, wenn ich jetzt nicht mehr Klaasen habe. I like you, what the fuck come about friend oh what is going on? Oh, thank you all to me everyone against me ok ok kommen die Noa, wenn du mir noch zu guckst, schreib's in die Kommis. I'm here. I'm here. Hey, ich drück die ganze Zeit nur X. Mein Controller explodiert, wie oft ich schon X gedrückt hab. Oh, endlich ist die Hölle zu Ende. Ist der online? Da ist der online. Oh, endlich ist die Hölle zu Ende. Nach elf Stunden. Ne, nach vier Stunden hab ich. Oh, endlich ist die Hölle zu Ende. Oh, endlich ist die Hölle zu Ende. Oh, endlich ist die Hölle zu Ende. Ja, ich hab dich ja nicht gehört. Oh, endlich ist die Hölle zu Ende. 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 Nix. Ich hab kein Hunger. Pizzchkatti. 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 Nur hat geschrieben safe weaver. Jetzt war ja nicht schon wieder umgeflogen. ich mache rdw live mal heute abend und dann schrägte ich also nur sagt allem ich mache rdw live weil ich habe noch ganz viel war von dem lager und dann entweder schräg ich oder schräg ich nicht habe ja heute rdw live mache ich heute ja noch ein komischer ja gut weil da man wird rdw willst du mir noch ein bisschen zu gucken der hat dich nein der ist noch nicht online keine hunde kommt heute abend online noch eine sturm schiff verteidigung dann krieg ich 50 ich kann und 450 wie box machen traurig und vier und jemals ich muss kurz kommen Noa Dogan fragt ob du schon online kommen kannst Noa guck mir mal so ein bissl RDW zu weil er ist einfach oh Bugs Bunny Oh mein Gott I got a lot of quotes Muss ich kommen Ah I got a lot of quotes I got a lot of quotes I got a lot of quotes auch fremden leute ich hätte jeden ohr und dann sagt alle weil ich hab hier ein paar und dann aus dem spruch stellen oh was ist hier los sie die nur kannst du sehen wenn du nichts sagen kann keine Barriere mehr besteht die Lange die Lange stärker werden den Sturmfront standhalten kann im Handbuch steht dass die Simulation endet wenn ein Zerstörer oder ein Sturmschildcomputer zerstört wird bereite dich auf einen angriff auf dem osten vor erdoran ich mache jetzt von den fremden das was wir vorhin gemacht haben geht auf wieder länge nicht körper wahrscheinlich mache ich das ja wir haben doch diese welle 30 da gemacht ja und ihr und ich bin jetzt in randoms reingegangen und jetzt gucke ich irgendwelchen fremden helfe ich aber das habe ich gern gehört nein weil ich will doch kein fremden das machen wer wie was da waren die kommission juli da aber kann ich vielleicht meine türe zu machen dann gerne Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Ich komme mit dir. Stefan, du weißt doch ganz bestimmt, was A-Spr-Videos sind, oder? Ja. Irgendwie will ich das auch mal ausprobieren. Ich will das ausprobieren. Ich habe eine geile Idee, wie ich das ausprobieren kann. Okay. Ich mache das mit Masken. Ey, voll dumm. Kommst du heute vorbei, Dorian? Kommst du heute in RdW? Die nicht. Die nicht. Die nicht. Die nicht. Ich brauche mich noch. Die nicht. Die nicht. Die ist zu alt. Geht gar nicht. Für die Hände. Ach, Mann. Ich habe zu wenig Masken. Guck mal im Stream, wenn du irgendwie kommen kannst, wie ich gerade was baue oder versuche zu bauen. Nee, erst um 18 Uhr machst du das. Aber Vika, du kannst trotzdem noch mit mir. Ja. Ja. Ach, das ist hinten. Ist da hinten da? Irgendwie haben wir das Gefühl, dass da nur Luft drin ist. Stefan, eine Frage. Hm? Bevor besuchst du die, die man abzieht oder die man abweichen kann? Abzieht. Okay. Dann muss ich gucken. Was von den Abziehmasken ist, habe ich nur noch zwei. Hm. Dann guck. Das sind die einzigsten zwei Masken, die man abziehen kann, die ich besitze. Hm. Okay. Okay. Alle anderen muss man abwaschen oder abziehen, weil, ähm, das ist ein Tuch. Warte, Tuchmasken sind bei mir waschen. Und, ähm, diese zwei. Ja, okay. Ich guck dir schon zu, aber es sieht nicht so aus. Warte, na. Auf den Augenreinmasken habe ich zwei. Auf den 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 habe ich eine. Auf den eine. Auf den eine. Ich habe zu wenig Masken. Ja, okay. Ich brauche mehr Masken. Mit Facecam. Sind sie zu wenig. Man, äh. Drei. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Sieben. Sieben. Acht. Zäun. Zäun. Zehn. Elf. Zwölf. Ich habe nur zwölf Masken, Mann. Ist doch gut. Zwei, zwalze, aber die eine ist schlecht. ich bin so dumm alter hörst du ihn ich streame ich muss das irgendwie hinbekommen dass da keiner durchkommt ich muss das eine die die das die 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 Nein. Stefan? Warum? Stefan? Hm. Dein Video? Ich weiß, ich muss kurz mein Handy planen. So. Das sollte ich dann langsam aber sicher mal rausgehen. 14 Zuschauer. Das geht nicht. Ich geh gleich in der Mission. Ich muss mir kurz was überlegen. Das brauch ich hier alles nicht. Was ist? Nein. Ich brauch die Waffenpferde wie live. Ach du liebe Güte. Warum? Nein. Nein. Woran geh ich auf? Das ist ja schrecklich. Wie soll ich das hinbekommen? Wie soll ich das hinbekommen? Stefan? Keine Ahnung. Ich überleg grad, ich bin so dumm oder... Wie geht das? Was machst du denn? Ich will was ausprobieren. Aber es ist so schwer. Ich mach grad so viele Papierhaufen auf meiner Couch. Das sieht mal so richtig schlimm aus. So und jetzt... Mal sehen. Ach du Scheiße. So. Junge, ich seh dich nicht was. Nee. Ich bin so dumm. Wie soll das gehen? So, so, so. Oha, meine allerersten drei Zeichnungen. Oha, meine allerersten drei Zeichnungen. Oha, meine allerersten drei Zeichnungen. Das sieht so süß aus. Seit wann kann ich so gut malen? Seit wann kann ich so gut malen? Safe mal nach Zahlen. Ja, genau. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Hm, so. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Jetzt gucken, ob es funktioniert. Mach mal dein Bildschirm an. Warte kurz. Warte kurz. Ich sageUT, mein Bildschirm aus. Nos удwać. Ja, nein. Was citierst du mich noch? Warte kurz, ich muss gucken. Ich sehe dein Papier. Ja, das ist der Papierhaufen, der hier gerade herrscht. Ich bin so dumm. Ich sehe mein ganzes Handy nicht mehr. Wo ist mein Handy? Warte, sprich mal kurz, Stefan. Warte, sprich mal. Hallo. Aha, er ist. Warum machst du das? Weil es ist alles dumm aussieht und weil die Gemäde von mir sind. Und weil die alle in Mühe gehören. So, und jetzt mache ich dann... Wie findest du das gut? So. Oha, ja. Gut, das sieht schlimm aus. Aber trotzdem danke. Warte. Ähm... So, und jetzt. Wenn ich das so endlich reinkriegen würde. Warte. Wie findest du... Also das war die erste Zeichnung von dem Gesicht. Sieht nicht schlimm aus. Ich weiß es selbst. Ja. Das sieht gar nicht aus, aber okay. Ähm, und ein süßer Panda. Ciao. Na, hast du aber nett gemalt. Doch. Nee. Doch. Den hab ich gemalt. Da war ich neu. Der sieht voll süß aus. Mhm. Warte. Und jetzt zeige ich dir mal ein letzt gemaltes Bild. Und du sagst, ein Auge. Na, Auge. Na, Auge. Ja, Auge. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll ich nur bauen? 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 Ich wünschte, ich könnte. Ich kann nicht. 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 Ich kann nicht.